Hallöchen! Da muss ich erst mal rauf. Hier schön rauf auf den Pferdekopf. Oh, was guckt denn da aus? Nur Holzfäller-Axt. Ah ja, klar. Ich lasse den Kopffächer da. Der zieht wenigstens keine Blitze an. So. Ich würde sagen, das Problem ist gelöst. Hier gewittert es übrigens wirklich, äh, unnatürlich oft in diesem Gebiet. Wo ist denn die Frau jetzt? Lass bitte sie mich um Hilfe und dann verpisst sie sich. Ja. Ja. Hm. Hm. Keine Ahnung, aber wo ist jetzt die verfickte Frau hin? Da. Oh, geil. Sehr schön. Das war's auch schon. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Nebenaufgabe von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich bin Mahadevi. Danke fürs Zuschauen. Und gib mir einen Daumen nach oben. Bye, bye. Auf��� traffiere nicht. Deine Ahnung. Spannung. Was im經sicken. Es gibt einen Ach olduğ und emp Hugен äffer. Vielen Dank.